Da ist ein junges Mädchen dabei mit einer wirklich unfassbar reifen Stimme. Und Sie glauben gar nicht, wie oft unser Telefon geklingelt hat. Immer mit der gleichen Frage, wer ist denn bloß das Mädel mit den langen, blonden Haaren? Bitte schön, hier ist sie, Kim Eileen aus Ueckermünde. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist gerade mal elf Jahre alt und hast eine so unglaubliche Stimme. Woher kommt die denn? Das weiß ich nicht, bin aber froh, dass ich sie habe. Trainierst du denn häufig? Ja, fast jeden Tag singe ich. Auf dich aufmerksam geworden sind wir ja durch das Internet. Du hast ganz viele Videos von dir bei YouTube eingestellt. So haben ja schon einige Künstler ihre Karriere begonnen. Wie ist denn eigentlich die Resonanz bei dir? Ich bekomme viele gute Kommentare und Anfragen, ob ich hier oder da mal auftreten möchte. Also ich denke mal, dass dein Berufswunsch da dann auch schon feststeht, oder? Ja, ich möchte natürlich Sängerin werden. Momentan gehst du noch zur Schule. In welche Klasse? In die sechste Klasse. Und was liegt heute noch an? Ich muss noch ein paar Geburtstagsvorbereitungen machen, weil ich morgen Geburtstag habe. Ah, ja stimmt. Du wirst morgen zwölf. Und ja, gibt es eine schöne große Party? Ja, zwei Freundinnen kommen zu mir. Vorneweg gratulieren dürfen wir nicht, aber wir wünschen einen ganz tollen Geburtstag. Und danke nochmal dafür, dass du so toll im Last Christmas Video mitgesungen hast. Bitteschön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Sie können sich Kim Eileen und all die anderen Künstler mit der Mecklenburg-Vorpommern-Allstars-Version jederzeit im Internet ansehen. NDR.de-MV 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 NDR.de-MV